Hi Kids, da ist der Thorsten Schick von den BSC Young Boys aus der Schweiz. Ich habe gehört, ihr nehmt teil am Social Soccer Cup in Gratwein. Für dieses Turnier wünsche ich euch natürlich nur das Beste, viel Glück und das Allerwichtigste, habt Spaß. Ihr seid sein Team, das Team steht im Vordergrund, spielt gemeinsam und wie gesagt, allen Mannschaften viel Glück, der Beste möge gewinnen.